Asteroideneinschlag in Europa. Das ist das Übungsszenario von ESA und NASA während ihrer Frühjahrsübung. Das Risiko eines Asteroideneinschlags ist ja real, deswegen muss geübt werden. Was wäre also, wenn ein Asteroid im April entdeckt würde, der auf Kollisionskurs mit der Erde ist und nur ein halbes Jahr später mit voller Wucht mitten in Europa einschlagen würde? Das Ergebnis der Übung ist ein Desaster. Clixoom Science & Future. Hier gibt es dreimal pro Woche spannende Science-Videos, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst ihr nichts. Los geht's! Herzlich willkommen! Immer wieder entdecken Astronomie-Teams weltweit Asteroiden, die die Erde nur knapp verfehlen. Die NASA beispielsweise hat viele Asteroiden im Visier und informiert auf einer Internetseite täglich über den aktuellen Stand der Asteroiden-Vorhersage. Die gute Nachricht, demnach muss wahrscheinlich in der nächsten Zeit erstmal kein verheerender Asteroideneinschlag auf der Erde befürchtet werden. Doch wie groß die Gefahr wirklich ist, kann niemand mit 100%iger Sicherheit sagen. Denn lediglich 95% der erdnahen Asteroiden, die mehr als einen Kilometer groß sind, werden von Fachleuten weltweit überwacht. Bei den Brocken, die nur minimal kleiner sind, ist die Dunkelziffer zudem sehr hoch. Und so werden manche Asteroiden erst kurz vor ihrem nahen Vorbeiflug entdeckt. Dazu hieß es von der NASA im Sommer, dass wir, Zitat, nur etwa ein Drittel der Population von Asteroiden gefunden haben, die da draußen sind und eine Einschlagsgefahr für die Erde darstellen könnten. Wir sind also alles andere als gut vorbereitet. Dabei geht es ja um Leben und Tod. Dazu kommt, wir haben kaum eine Chance zu reagieren, selbst wenn wir wüssten, dass ein Ernstfall droht. Denn trotz intensiver Forschung gibt es bislang noch keine Technologie, mit der wir Menschen in der Lage wären, einen Asteroiden aus seiner Bahn zu lenken und somit das Schreckensszenario zu verhindern. Für das kommende Jahr 2022 ist dafür der erste Test angepeilt, ein Ablenkungsmanöver im All. Eine echte Premiere. Wir hatten ja hier bei Clixoom Science & Future darüber berichtet. ESA und NASA planen, eine Sonde in den Mond des Asteroiden Didymos einschlagen zu lassen und ihm somit abzulenken. Kann die Kollision, also die Umlaufbahn von Dimorphos, verändern? Der Test könnte final zeigen, dass die Umlenkung eines Asteroiden mit genügend Vorlaufzeit machbar ist. Auch wenn dieser konkrete Asteroid keine Bedrohung für die Erde darstellt. Doch wie könnten unsere Möglichkeiten auf der Erde aussehen, wenn ein Asteroid entdeckt wird, der sich auf Kollisionskurs mit der Erde befindet? Genau das haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der NASA und ESA in diesen Wochen geübt. Wie können und müssen wir also bei einem solchen Katastrophenszenario reagieren und kommunizieren? Wer sind die Schlüsselakteure und gibt es überhaupt Hoffnung für das Leben auf der Erde bei einer solchen potenziellen Einschlagsgefahr? Klar ist, dass die Erde im Laufe ihrer Geschichte schon einige Asteroideneinschläge hinter sich hat. Der Asteroid, der vor 65 Millionen Jahren einschlug und die Dinosaurier auslöschte, war etwa 10 Kilometer breit. Mit einer Geschwindigkeit von 65.000 Kilometern pro Stunde war 2013 der Meteor mit einem Durchmesser von etwa 30 Metern unterwegs. Ohne Vorwarnung explodierte er über dem russischen Chelyabinsk. Vor zwei Jahren war es ein 130 Meter breiter Asteroid, der sich auf eine Entfernung von nur 72.000 Kilometern der Erde näherte. Auch hier war die NASA nicht vorgewarnt. Der Asteroid 1998 OR2 hatte uns im Frühjahr des vergangenen Jahres passiert. Seine Größe wurde auf zwei bis vier Kilometer geschätzt und er hätte die Erde mit einer Geschwindigkeit von 60.000 Kilometern pro Stunde treffen können. 15 Mal schneller also als eine Gewehrkugel. Und die Folgen eines solchen Einschlags mal zu verdeutlichen. Der Asteroid 1998 OR2 hätte wohl locker einen einen Kilometer großen Krater auf der Erde verursacht. Eine Stadt wie Berlin wäre somit vollständig ausgelöscht worden. Doch nicht nur das. Asche und Staub hätten enormen Einfluss auf das globale Klima. Und so könnten Hungersnöte drohen auf der ganzen Welt. Forschungsteams weltweit haben die Gefahr erkannt und arbeiten mit Hochdruck daran, gefährliche Asteroiden aufzuspüren. Zudem werden auch verschiedene Möglichkeiten getestet, wie man einen heranrasenden Asteroiden stoppen könnte. Was aber ist in solch einer Situation auf der Erde zu tun? Genau diese Frage wird in diesen Wochen von Fachleuten weltweit mit Hilfe eines Planspiels beantwortet. In diesem Szenario wird der fiktive Asteroid am 19. April entdeckt und schon am 20. Oktober desselben Jahres würde er die Erde treffen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Europa und den USA haben die Aufgabe, eine Abwehrmission zu planen. Zudem sollten sie auch die Flugbahn des Asteroiden und seine Einschlagsstelle eingrenzen. Weltraumagenturen und der Katastrophenschutz sollen mit solchen Planspielen für den Ernstfall, hier geht es schließlich um Leben und Tod, vorbereitet werden. Der Steckbrief dieses fiktiven Asteroiden, 56 Millionen Kilometer weit entfernt und er könnte innerhalb von wenigen Monaten auf die Erde crashen. Täglich bekamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Simulation weitere Informationen zu seiner Größe, seiner Flugbahn und auch über die Wahrscheinlichkeit eines Einschlags. Diese Facts bildeten dann die Basis, auf der Maßnahmen geplant werden konnten. Die Fachleute nahmen dabei verschiedene Rollen ein. Beispielsweise Astronominnen und Astronomen, Regierungsvertreterinnen und Vertreter und Leute des Katastrophenschutzes. Dazu Lindley Johnson von der NASA. Jedes Mal, wenn wir an einer solchen Übung teilnehmen, lernen wir mehr darüber, wer die Schlüsselakteure bei einem solchen Katastrophenfall sind und wer welche Informationen wann benötigt. Diese Planspiele helfen den Akteuren im Bereich der planetaren Abwehr, die Kommunikation miteinander und mit den Regierungen zu optimieren und sicherzustellen, dass wir im Fall einer potenziellen Einschlagsgefahr koordiniert reagieren. In den ersten Tagen war die Informationslage zu dem Asteroiden, der auf den Namen 2021 PDC getauft wurde, noch sehr spärlich. Die Fachleute mussten also auf der Grundlage von wenigen Daten und großen Unsicherheiten wichtige Entscheidungen treffen und entsprechende Maßnahmen planen und anleiern. Dabei war zu Anfang nicht einmal klar, ob der Asteroid tatsächlich die Erde treffen wird. Eine der großen Fragen an dieser Stelle, wo genau würde der fiktive Asteroid aufschlagen? Im Planspiel erstreckte sich die Risikozone am Anfang noch über eine ganze Erdhalbkugel. Sie reichte von Afrika und Europa über den Atlantik hinweg bis nach Nord- und Südamerika. Sicher verschont blieben den ersten Informationen zufolge nur der größte Teil Asiens und Australien. Wie stark sich die mögliche Zielzone im Laufe des Planspiels eingrenzen lässt, wussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Simulation zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Im weiteren Verlauf des Planspiels wurde dann aber klar, dass sich die Einschlagszone wohl in Tschechien befinden wird, ganz in der Nähe der deutschen und österreichischen Grenze. Die Wucht des Asteroiden bei seinem Einschlag wäre gleichzusetzen mit der Kraft einer Atombombe. Die Verwüstung einer ganzen Region mit vielen Toten und schwerwiegenden Schäden wäre wohl die Folge und das in einem Umkreis von bis zu 200 Kilometern um den Einschlagsort entfernt. Und das, was die Übung als Reaktion zu bieten hatte, war ein Desaster. Die Forschenden der ESA und NASA mussten feststellen, dass keine derzeit verfügbare Technologie in der Lage wäre, die Laufbahn des Asteroiden zu verändern. Auch eine Raumfahrtmission, um den Crash abzuwenden, könnte in der Kürze der Zeit bis zum Einschlag nicht auf die Beine gestellt werden. Die einzige Möglichkeit, um Menschenleben zu retten, eine weiträumige Evakuierung der ermittelten Einschlagszone. Auf der ESA-Webseite ist es folgendermaßen zusammengefasst. Wir können nicht verhindern, was wir nicht vorhersagen können. Doch klar ist, früher oder später wird ein Asteroid auf der Erde einschlagen und daher ist es wichtig, darauf vorbereitet zu sein. Dazu Detlef Koschny von der ESA. Eine wichtige Lehre war, dass wir langfristig planen müssen, wie wir potenziell gefährliche Asteroiden erkennen, verfolgen und letztendlich abschwächen können. Nur in jährlichen oder zweijährlichen Planungszyklen zu denken, wie viele Budgets bei öffentlichen Institutionen festgelegt sind, ist nicht genug, um einem Risiko zu begegnen, das seit Hunderten von Millionen Jahren besteht. Asteroid schrappt an Erde vorbei. So knapp war es noch nie. Es passiert nämlich öfter als. Viele denken also, das Video hier anklicken, anschauen und diesen Kanal Clixoom Science & Future auf jeden Fall abonnieren. Bis dann, bleibt dran!